fix und fertig etwas leicht müde ich überlebe es irgendwann wird einmal die zeit kommen dass ich einmal sage ich muss ich muss ich muss aber dann wiederum nicht und ich sage euch eins irgendwann kommt auch noch die zeit wo ich dann sag ja es ist wieder alles in ordnung gestern war es heute war es morgen war es irgendwann und moralisch ist das ja nicht verwerfbar außer dass van der bellen wieder macht mehr kann unser bundespräsident nicht in diesem sinne sei mir noch gesagt danke euch noch einen schönen angenehmen abend tag oder wie auch immer wann sie dieses video endlich mal anschauen und herr van der bellen werden sie doch auf mit